Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Am Abort kann man sehr einsam sein, wenn man alleine ist und keine große oder kleine Not spürt. Am Abort kann man sehr einsam sein. Am Abort kann man sehr einsam sein, wenn man alleine ist und keine große. So, oder kleine Not spürt. Am Abort kann man sehr einsam sein, wenn man alleine ist und keine große oder kleine Not spürt. Am Abort kann man sehr einsam sein, wenn man alleine ist und keine große oder kleine Not spürt. Am Abort kann man sehr einsam sein. Am Abort kann man sehr einsam sein, wenn man alleine ist und keine große. Am Abort kann man sehr einsam sein. Vielen Dank.